Also Oldtimer war ein Teil des Valentinstagsspecials, so ein Oldtimer-Dingsbums, das war witzig. Ich steig dann an, weil ich hab mir den jetzt einfach mal angefordert und ich bin jetzt auch schon ein bisschen umeinander gefahren und ich hab mir halt denkt, ja, warum nicht, ja, geil, okay. Bloß zur Info, wenn du den auch ummechst. Ja, für was, da fahr ich eh nicht umeinander, weißt du, ich, nein, du hast eh ein gescheites Auto, ja, das stimmt. Ein Benji, 105.000. Ich bin auch mal gespannt, wo es mein nächstes Auto wird, da bin ich auch mal gespannt. Wo es dein nächstes Auto wird? Achso, wo es du dir kaffst, ja, ja. Genau, ja. Da probieren wir es mal, dann rockst du da erstellt. Halt, Versus, ach. Aha, Versus-Missionen, ah. Ah, da steht es rechts auch, da, zweimal RP und zweimal, okay, warte mal. Da gibt es jetzt eine Zielerfassung, 1, 2, 3. Bei diesem Übungsmanöver kämpfen Teams gegeneinander um die Lufthoheit. Wenn es ein Team schafft, sich die Flagge zu schnappen und sie 20 Sekunden lang zu behalten, bekommt es einen Punkt. Und dann, dann wird es weiter, aber das kann ich nicht mehr lesen, dann. Zielerfassung 2 als gleiche Text, bei Zielerfassung 3 auch als gleiche Text. Das Capture der Flag? Genau, in der Luft. Ja, das probieren, oder? Ja, okay, machen wir Zielerfassung 1, warte mal. Ja, okay. Kann ich mir noch nicht zurecht fischstellen, aber ja, gib ihn. Schau mal. Aha. Es ist so schade, dass ich Host bin am besten. Ja. Nein, außer, 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 außer. Ja, lassen. Wer kommt jetzt am Anfang bestimmen, dass ich Host sein möchte? Ähm, hoffe ich bei meinen, äh, bei, bei den Lama-Missionen, hoffe ich es leider einhert machen können. Ja. Du kommst in eine Lobby ein, entweder bist Host. Oder, einhert. Du kannst in diesem Fahrzeug keine Prostituierten mitnehmen. In deinem 0 Euro? Nein, ich meine, äh, Kuruma. What? Okay. Mein Sportwagen gegangen, das bestimmt. Was geht denn ab, ey? Ach. Du wieder. Wahrscheinlich das Gleiche, oder? Äh. Nein, der startet gleich, in einer Minute. Da warte ich mal kurz eine Minute. Vielleicht kann ich dann selber entscheiden, ob ich Host bin oder nicht. Oder startet der oder dann schon ein Spiel? Ja, in einer Minute startet das Spiel und dann würde ich nochmal die Mission starten. Vielleicht kann ich dann Host sein. Okay. Weißt du, wenn das Spiel weg ist? Jetzt warten wir mal kurze Minuten. Ähm, ist jetzt wieder Zeit zum Auto klar? Ja, drei ist schon wieder gleich. Ist schon wieder, ja. Ah, aber ich kann uns verkaufen. Gute Idee. Immer gute Ideen. Okay, meistens. Oder ab und zu. Immer. Meistens. Also ab und zu einmal. Okay, ab und zu. Wenigstens bist du ehrlich. Gehen wir mal, was Hornbills? Gehen wir mal ins Puff. Was Horn, was? Ja, Hornbills heißt das Puff. Okay. Oh, ein großer Äpfel hören. Hallo. Bei meiner Garage-Dinger auch. Ein paar Prostituierte. Okay. So, eine Minute bis so, probieren wir es mal. Äh, wer ist das? Überfassung. Schauen wir mal. Job starten, yo. Gib ihm. So, noch kurz das Aufruf. Ja. Und wieder. Ich lot dich mal ein, vielleicht geht's. Aber knappe Minuten hast du Zeit. Okay. Ich hab dir gerade eingeladen, oder? Da, wo wir schon was gehört, ja. Tritt mal schnell bei. So, mach mal so. Jobs, Andy, yo. So, jawohl. Jawohl, tritt bei. Schauen wir mal. Ich kenn das, den Modus nicht. Mal schauen. Zielerfassung 1. Hm. Ja, wenn's cool, äh, also wenn's geile, äh, Dollars gibt, dann, wieso nicht? Ich will mal unser Bestes, ja. Wenn wir's, äh, richtige Missionstyp, weil rechts oben doppelt Dollar und doppelt AP. Mhm. Amen. Bei Hosten ist jetzt ja eigentlich gelesen, dass der Versus Mission. Äh, beim Ladescreen, ganz am Anfang, bevor das ich überhaupt's mal, äh, Schwab, ich hab, ganz am Anfang, hat Lads doch zuerst immer, geht davon. So, dann kannst du irgendwann unten die Zeile wählen, meinetwegen, ja, online, und dann Lads wieder. Und in dem zweiten Ladescreen ist das mal erschienen, quasi, da gibt's doch mehrere Meldungen und so, geht ja fünf online und was weiß ich alles. Und dann ist das Ding geworden. Doppelt AP und doppelt Dollar. Das ist nicht schlecht, ja. Yes. Go. Jawohl. Sag mal, sag mal, sag mal. Sag mal, sag mal, sag mal, sind wir schon, zwei, fünf, sechs, äh, sechs? Drei, vier, fünf, oh, 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 oh. Wenn's zwei Teams sound, dann wird's Onbeer. Ach, Teams, vier. Okay, wir sind nicht im anderen, im gleichen Team. Aber das ist, äh... Handikam, Team Bayer dritten. So, ich bin bei dir. Ah, okay. Kernix in Bayern Ich kann nix auswollen Ich kann bloß die Gewinner-Auktion auswollen Outfit ist schon Voreingestellt Achso, bereiten Ja, jetzt geht's dir das Ich mach mal Maus und Tast Oh, Chat, Chat, Chat Ich hab da gerade Chats gehört Achso, ein Sprachchat oder was? Nein, 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 da, Chat, Flugchat Achso Erfass dir das Ziel Oh, oh, welcher ist mir wieder? Äh Ah, gefunden Ähm, gut Weih, ach, Rakete Der Sprach capturiert der Flag Das machen wir jetzt Oh, mein, echt jetzt Wir meinen ja jetzt ausscheißen, oder was? Ja, weil der, weil der, die, 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 die Ding kommt sonst, ja Ja, aber wer ist das? Das ist witzig, das ist, ja Ja, aber ich konnte halt ins Flag, Mann Äh, und Äh Kann man da auch Na Die Raketen ausweichen, irgendwie? Ja, schnell bewegen, oder? Ich bin jetzt auch geschossen worden Ich bin jetzt auch geschossen worden, aber ich bin noch nicht tot Hä? Ach, der ist ausgriechert, der Saude, blöde Hä? Bist du schon mal getroffen worden? Nein Bei mir steht aber der Fassi das Ziel War ich Ah, Respawn, oder? Respawn? Oh, oh Ich bin gegen das Ding Geklatscht So, was mehr wird's machen? Eigentlich Ich hab keine Ahnung Ich weiß ja Und jetzt bitte down Habe ich gern gemacht What der Hä? Ich check überhaupt nix Alter, dieses Käptscher der Flag, ich hab grad die Karte Äh, die Karte, soh Ja, ich hab jetzt drei Raketen auf den geschossen Auf mich? Wie kennt wir jetzt haben? Na, ich Auf den Typen, der war Achso Irgendeiner andere hat dich jetzt erledigt Ja Der war halt ein Kofferhaut Naja, jetzt hat mich auch jemand erledigt Also, das hab ich noch nicht so ganz verstanden Ja, du musst die Gegner auch schon Äh? Was ist das? No, ja Verlierer! Okay Ja, wir haben halt die Käptscher der Flag, also du musst halt den dann holen und da irgendwo hinbringen, wahrscheinlich, oder? Habe ich nicht verstanden Äh... Trotzdem, der erste bloß 5700? Wie viel haben wir jetzt wieder gekriegt, wenn wir nicht aufgepasst? 2000 Ja gut, aber das war eine kurze Mission jetzt, oder? Aber es war witzig Ja, wir haben jetzt wieder freier Modus, oder? Ja, wir haben jetzt wieder freier Modus, oder? Was tun Ja, aber wenn du da... Hast du da jetzt den angeschossen, der war ein Koffer gehabt hat? Nein Ich hab, glaube ich, nicht mal in Ordnung geschossen, weil du kannst so eigentlich leicht ausweichen, du brauchst bloß auch schon an die Kurven, wo du kannst so leicht ausweichen, also ich bin auch gerade drei ausgewichen und dann die vierte, die haben halt dann erwischt Okay Weil, wenn du... Wenn du den Oscher ist, der war ein Koffer haut Wo ist dann der Koffer? Ja, dann ist der Koffer in der Luft Äh... Okay Achso, und der da stoll wahrscheinlich war gestorben ist Richtig, und einmal ist der... die Koffer mal an so so ein... ja, Hochhauswand gewesen und ich bin halt so nahe vorbar gefahren, dass ich dann... also erst eingesammelt hab und dann hab ich gegrasht Okay Das hab ich einmal eingeschafft, aber sonst, äh, ja Äh, ins Stream hast du jetzt turniert laufen, oder? Äh, die fahr ja schon jetzt halt Doch, passt Okay Nein, kein Problem, nein Ich glaub, ich hab das noch gefrückt Weißt vor allem, was du gesagt hast, jetzt gerade nicht mehr Achso, Runde 2 Achso, Runde 2 Runde 2 Alles klar Okay 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 Ah, für die erste Runde, wo haben wir jetzt da da... schon was gekriegt... okay Drücke Haltet Das Ziel... Ach, ich hab das Ziel Oh, what? Also, drauf, oder was? Äh... Ich schütze das Ziel Äh, Flake um den anderen, mach irgendwas Also, wir sind... Wo sind denn die Gegner? Noch nicht da Okay Okay Oder? Na Hat einen Punkt erzielt Nice, Flake weiter, Flake weiter Ich geb jetzt einfach Gas, ey Punktezahl? Ja, okay Das ist schon mal... ganz cool Wir haben jetzt gleich einen zweiten Punkt Blink Hä? Hä? Ja, ich glaub, wir wissen nicht genau, wie wir sind, oder? Halt etzer ans Ohr hinter uns Flake schnall da Ich geb schon Gas Nice Oh, ich hoffe, ich kann dir Raketen und O schütteln Du meinst einfach nur Kurvenflang, oder wie? Genau, schnell die Kurve Okay Letzter Punkt nur Machen wir's gleich Machen wir's gleich Da ist einer hinter uns Jetzt hinter dir Oh, bitte Das war da zu einfach jetzt Das war da zu einfach jetzt Drei, zwei, eins Und BELL Okay Nice Jetzt haben wir 5.000 gekriegt, oder? Plus die 2.000 nur am Anfang Ja, aber geil Scheiße, Mann Runde 2 So, bin ich gespannt, wie wir jetzt sind Was jetzt weiter geht, ey Ja, ob das jeder Team jetzt hat, oder ob das jetzt wieder was anderes ist Mhm Das weiß ich nicht Zielerfassung Runde 3 So Deine Stützer hat in der Hand Wie da drast Halt, jetzt haben wir die Gegner Ah, ja Nein, jetzt ist es wieder in der Mitte Ah, jetzt ist es wieder in der Mitte Genau Wo ist das du? Na, ich versuchs Aber da ist, glaube ich, einer Schnoller Oh Oh Aua Haben sie doch erwischt da die Säcke Ey, wie soll man denn da was treffen, ganz ehrlich Wenn da jeder so mananer fährt Mananerfleckt, hey Kann man doch nichts erwischen Immer auf dem im Grünen am besten Oh oh Ja, der grüne Der Koffer ist im Moment irgendwo, oder? Kannst du den einsaugeln? Ich bin, glaube ich, gerade vor dem Park geflogen Ja, jetzt hat noch jemand Oh oh Die Kurven gerechnet Oh doch Boah Da war gerade nicht mehr mehr Meter Zwischen Zwischen mir und dem Gebäude Da war gerade nicht mehr mehr Meter, hey Ich mach gleich Selbstmacht, hey Weil Beide in den Wolkenkratzer Wohl So, da oben ist er Ist er das? Ist er das? Ist man doch so Loll, der hat Selbstmacht? Ne, da oben ist er Ey, sorry, ich reiß In den reiß ich überhaupt nix In den Missionen In den Missionen Bring ich Überhaupt nix Jetzt haut die einfach ab, oder was? Das sind jetzt drei Jets Okay Bam Tot Hat einen Punkt, der zielt Warte mal, ich kürze da mal ein bisschen Oh, da unten ist er Doch irgendwas Ach, wieder drei Arsgewicht und der vierte Amit dann erwischt, ey Das ist aber verwirrend, weil auf der Map ist Dinge zeichnet Hast du? Na Na, ich bin aber jetzt nah Oh Ach, wie kann der sich so schnell dran? Spinnt denn der? Ja Du spinnt doch Oh Gott Auch da unten ist, okay Ja Ich hab's probiert aber, ich muss Na, ich bin jetzt auch down Knob geflogen Ach, der andere Hotsche wieder Boah Na, Jet Und Headflagen, puh Das ist schwierig Nice! Hat er abgeschossen Oh Gott Boah Jetzt komm Yes Nein, das hab ich's nie da gesammelt Go, go, go Nur mal flug, flug, flug Und der andere hat's schon wieder gesammelt Das ist der Wahnsinn Hm Bam Selbstmord Na Boah Na, das ist schwierig Gute Und Ja genau Uoh und ich kann nichts mehr sagen Und ich kann manchmal auch immediately planen keine frage oh gott ja ja wie kann der sich so schnell dran das ist der wahnsinn als stütze ich wieder ins wasser ich bin unten unter wasser lieben oder was ja aber geil soll schiebe ich langsam wenigstens wie ich war ich konnte ein stützrad und 11 hallo wird doch schneller bitte da geht gott ich war unter wasser mit dem aufbau gestorben das bist du sehr schön muss einfach mal bremse hauer brem sei hauer er brem sollt